moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen lkw pileup glitz zeigen und zwar seht ihr dass die zombies sich alle unter mir versammeln und hier könnt ihr easy headshots farm ich zeige euch jetzt wie der glitch geht leute lasst einen zombie am leben und dann geht hier zum lkw springt jetzt hier drauf wo ich drauf springe lasst euch von dem zombie schlagen ein zwei mal und danach springt einfach hoch hier auf die obere kante vom lkw und wenn ihr das dann gemacht habt dann hört der zombie auch auf euch zu schlagen und die werfen auch kein fleisch auf euch und die sammeln sich jetzt alle gleich unter euch wie ihr seht sammeln sich jetzt alle zombies unter mir es kann aber jedoch sein dass ab und zu mal ein zombie sich verirrt und euch angreift aber sobald ihn einmal anschießt dann geht er wieder zurück zu der horde die megatrons können euch hitten also nehmt den feuerring mit wenn ein megatron kommt damit ihr schnell daumen bekommt und ihr kriegt damage von den hunden so leute ansonsten war es das mit dem video falls ihr noch fragen habt könnt ihr gerne meinen discord join dort bin ich sehr aktiv falls euch das video gefallen hat leute schreibt mir doch in die kommentare lasst ein like da und für alle die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal